so waffen mäßig sind wir ausgerüstet ich denke mal der zweite angriff wird noch ein bisschen auf sich warten lassen und ich denke mal solange uns die zivilisten tatkräftig unterstützen also die indianer zivilisten und wir die türme halten können sollte das eigentlich kein so großes problem darstellen zumal wir wie gesagt viel bessere kampfkraft haben dadurch dass wir zu stufe 3 einheiten haben sie war ja gleich 70 60 zu 50 50 also zehn mehr schaden und fünf mehr verteidigung so du findest in deinem arbeitsbereich kein steine mehr das ist in ordnung so wir holen uns die nächste fünf männer und weil unsere zweite kampf truppe ist bald so weit dass sie ausrücken kann kommen wir uns bei der gleich sechs männer müssen noch warten bis die beiden goldbahnen angekommen sind so nächste kampf truppe das sieht ein bisschen komisch aus die straße hier ja jetzt ist gut und weil wir es können haben wir quer verbindungen hier und hier hin ja schuster ist schon eine weile leer wir haben aber noch genug schuhe so werkzeug schmied ja wir haben genug werkzeuge weißt du was sicher ist sicher stell uns noch mal jeweils fünf schwerter und fünf rüstungen her so das sieht jetzt schon mal wie eine verteidigungs truppe aus so bogenschütze ein bisschen nach vorne schwertkämpfer direkt dahinter das werden die gegner zu nahe kommen wir sie gleich im nahkampf abfangen können so so Und ich wollte gerade fragen, ob der nächste Angriff kommt, aber da kommt er schon. Oh Gott, es sind Schützen der zweiten Stufe. Das könnte etwas heftiger werden. Okay, wir sind ein bisschen angeschlagen. Das ist aber jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, das war schon die zweite Welle. Das heißt, du machst weiter Ölfläschchen. Okay. Was auch immer gerade das für eine Meldung war mit einer unserer Frauen. Okay. 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 So, du kannst trainiert werden. Ja, jetzt heißt es nur Geduld haben und meine Armee oder unsere Armee besser gesagt weiter ausbauen. So. Ja. Na, kommen wir jetzt zum Armee ausbauen. Na ja, wie ich sagte, solange wir den Turm halten können, sollte alles in Ordnung sein. Du bist erwachsen. Ja. Das ist gut. Du kannst trainiert werden. Du hast die benötigte Warenmenge hergestellt. Gut. Ja. 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 Das heißt, Stellwaffen her. so zwei weitere bohrschützen drei weitere bohrschützen auf jeden fall haben meine leute genug zeit sich zu heilen so einer fehlt noch das bist du du bist erfahren kannst trainiert werden das ist gut hoffentlich kriegen wir den trupp noch nach da unten bevor die dritte angriffswelle kommt wird die 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 so den ersten schwertkämpfer haben wir gold sollte auf jeden fall noch genug da sein um die beiden auszurüsten beziehungsweise zu verbessern da ist andere läuft auch gut soweit noch kein angriff das ist auch gut du betest hier beim tempel hör kannst du machen dein zuhause ist ja weiter weg als der tempel und dritte angriffswelle aber diesmal kommen sie aus zwei richtungen ja 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 okay für einen war es auf jeden fall knapp ja wir brauchen jetzt langsam die verstärkungs truppen hier und ja ich speichere hier jetzt mal lieber ich habe ja gesagt eigentlich wollte ich nach jeder welle speichern habe es aber die letzten beiden male verpeilt ja 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 Vielen Dank.